Yo Leute, was geht ab? Herzlich Willkommen mal wieder auf dem Kanal zu einem weiteren, nicht MonoWaffer Video, sondern FIFA Video. Es ist, ja, ist wieder soweit. Wir zocken wieder ein bisschen FIFA. Das Team of the Season ist am Start. Am Wochenende habe ich ein bisschen die Weekend League grindet, damit wir heute ein paar Packs am Start haben. Ich habe es tatsächlich geschafft Gold 3 zu erreichen. Das heißt, wir haben zwei Player Picks, die ganzen Weekend League Rewards. Natürlich haben wir noch Rivals Rewards. Zum einen das garantierte Liga Noss Team of the Season Pack und zusätzlich das Prime Icon Pack. Das heißt, ich werde heute auch die allererste Legende ziehen in meiner kompletten FIFA Karriere. Und bevor wir jetzt starten, wenn ihr neu auf dem Kanal seid und keine Videos verpassen wollt, lasst gerne ein kostenloses Abo dort. Checkt gerne meinen Hauptkanal ab. Da kommt natürlich regelmäßig COD-Content. Und jetzt würde ich sagen, starten wir in die Rewards. Let's go. Ich habe es wie gesagt geschafft Gold 3 zu erreichen, obwohl ich so gut wie nie FIFA zock und mein Team jetzt auch nicht unbedingt das Beste ist. Aber wir holen uns jetzt erstmal die Player Picks aus der Bundesliga ab. Ich hoffe, wir bekommen irgendwas verdünftiges. Let's go. Ah, let's go. Let's go. Alles auf jeden Fall stabile Spieler, würde ich sagen. Und ich glaube, ich nehme Kostic. Es kommt schon jetzt nochmal was Gutes aus der Bundesliga. Wäre sehr, sehr schmackhaft. Let's go. Komm schon. Makano, Ginter und Pizzi. Ich entscheide mich hier wieder für Pizzi. Auch auf jeden Fall ein sehr, sehr stabiler Spieler. Ich würde sagen, wir öffnen jetzt erstmal die restlichen Packs und hoffen, dass wir noch irgendwas halbwegs vernünftiges bekommen. Komm schon. Ein Walkout. Schmutz. Ein Walkout wäre so saftig. Champions League, oder? Ja. Ja, danke. Nächstes Peck. Schade. Komm, gönn. Einfach irgendwas Gutes. Wieder kein Walkout. Fernando. Stabil. 83er. Komm schon, da muss jetzt was. Jetzt muss aber ein Torz kommen. Komm, wir glauben dann. Wir belieben. Das ist wieder nichts. Komm schon, gönn. Einen Walkout. Ah. Pepe. So. Prime Icon Spieler Pack und Liga NOS Team of the Season So Far Spieler. Das werden wir natürlich als erstes öffnen und als letztes die erste Legende. Ich bin, ich bin nicht ready. Ich bin einfach nicht ready. Wir öffnen jetzt einfach NOS Pack. Liga NOS, gib mir TES oder den anderen Brasilianer im ZDM. Let's go. Gönn. Bitte. Los. Komm schon. Wer ist das? Oh, nicht bitte, nicht Pizzi, bitte. Stürmer? Nein, nein. Ah. Genau. Den wollte ich nicht haben. Haulini hat trotzdem eine stabile Karte. Kann man vielleicht in der SPC ballern oder so. Ich habe noch nie eine Icon in FIFA gezogen. Ich weiß nicht, wie es sich anfühlt. Ich kann gute Legenden ziehen. Ich kann schlechte Legenden ziehen. Ich weiß nicht, wie ich mich fühlen soll. Wir müssen das Ganze mit dem NOS Pack machen. Wir müssen das Ganze mit dem NOS Pack machen. Bitte gib mir eine gute Legende. Bitte gib mir einfach eine gute Icon. Komm schon, bitte. Wir müssen belieben. Gib mir Brasilien. England. Stürmer. Wer ist das? Leidecker. Wright. Wright ist auf jeden Fall in Ordnung, würde ich sagen. Stabiler Spieler hat mir in der Wicked League das ein oder andere Tor eingeschränkt. Ist auf jeden Fall stabil. Ich hätte mir zwar Ronaldinho gewünscht, aber das sind auch alles nur Träume. Auf jeden Fall. Wright ist am Start. Stabile Karte, muss ich sagen. 89 Pace, 90 Schuss, 82 Dribbling. Mal gucken, ob ich den spielen kann, beziehungsweise ob er sich gut spielen lässt. Ein Bundesliga-Team für das Season. Spieler, so. Fahrt. Komm schon, jetzt gönnen. Deutschland. ZIV. Bitte Hummels, Hummels. Besser als Ginter. Let's go. 96er Hummels, Digga. What the fuck? Kann man machen. Vielleicht wird nächste Woche nochmal ein Pack-Opening kommen. Falls es euch gefallen hat, lasst ihn darum nach oben. Da wird mich mega freuen. Checkt gerne, wie gesagt, auch meinen Haupt-Channel ab. Das wär's langsam von dem Video. Haut rein. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Peace. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.